Ja Leute, was geht? Wir machen ja weiter bei den süßen Hunden, ja? Und wir machen weiter hier mit Assassin's Creed Odyssey. Ich bin der Pirates und ich hoffe, wir schaffen es heute mit der Festung. Die Festung Miriana. Ah, Festungen dauern dann immer so unfassbar lange. Ich zieh halt mal... Ah, ich seh gerade was das bisschen doof ist. Da unten graviert man gar keinen an. Den Hunden eingesperrt oder ein Wachhund? Hier ist ein Wolf. Ne, hier ist ein Wolf. Das ist kein Hund. Hunde, gar nicht. Ne, hier ist ein Wolf. Oh, da ist ein... Oh, da ist eine eklige Festung. Das ist eine Sauscht. Die ist richtig scheiße. Ah, die ist eklig. Die wird schwerer. Ja, wo können wir das machen? Ja, haben wir es uns ein bisschen vor. Ja, das gehört ein eklige Fest. Da werden die ist klein. Aber... Genau, aber... Genau, aber... Geld. Ah, gut, ich lasse mit dem Abbrennen. Aber Abbrennen ist auch dann... Dann wissen sie manchmal, wo ich bin. Wir haben eine Ahnung. Und das will ich eigentlich nicht. Einzige, was uns hier... Wieso wir jetzt einen Vorteil haben. Da war doch eine Wache. Ja. Na ja, ja, aber die Festung... Na ja, gut, die ist nicht so nisch. Man muss halt wirklich aufpassen. Das ist halt das, was bei der Festung. Ei! So, die gehen ja auch alle... Die verändern ja die Prüfektion nachher. Insofern, gut. Dann können wir hier hinten anfangen, das schon mal abzufackeln. Sie ist sehr gut gemacht. Sehr gut, sehr gut. Es ist einfach eine Konstellationssache. Und vorsichtig und wirklich hier Hey sagen und vorsichtig. Weil Hey sagen... Nimm mich natürlich alles mit. Das muss ich so oft machen. Ich mache das nie, ne? Ich verbrenne eigentlich wertvolle Ressourcen. Jedes Mal. Das werde ich auch hoffentlich immer mal lernen. Ich glaube schon, du viel wertvolle Ressourcen. Abgefackelt. Gut. Oh, das war's. Ich bin mir egal. Was ist das, was ich da? Nein, warte. Was ist das, was ich da? Es ist nicht so, wie ich da bin. scheiße jetzt ein problem muss ich die so ausschalten mit dem noch mal ganz kurz der frein kopf geht auch nicht sicher nicht Ja gut, sind durchschnittliche Wachen sehr weit weg, das geht glaube ich trotzdem im Kopfgeld. Ah nee, jetzt nicht, ich habe gerade keinen Zeugen. Ach du, na gut, dann sollte ich die beiden erstmal rauswerfen. Ich habe mir das Gefühl, dass er viel Ärger machen könnte. Naja, den lege ich mir jetzt nicht an. Die wohnert sich mit mir jetzt auch. Hä, hier kommen wir in zwei Deichen geflogen. Wo kommt die denn her? Ah nee, den Schatz sollte ich mir nochmal kurz gönnen. Wohlang den keiner bewacht. Jetzt brauchen wir noch keiner mehr zu bewachen. Obsidian Glass, genau. Okay, die sind aber nicht mehr hier dran. Kann mir egal sein. Das ist sehr gut. Dann machen wir das so. Wohlang den letzten. Lender. Hallo, geh da hoch! Na, wie geht's? Gut, dann muss ich eben ganz schnell mal abhauen. Mal abhauen. Mal abhauen. Mal abhauen. Wo ist der da drin? Na. Da ist er. Oh. 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 Wie unaufmerksam sie geht, du mal. Wie unaufmerksam sie durch die Welt läuft. So unaufmerksam. Oh. 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 machen wir jetzt mit wenn machen die denn mit ane das sind bestimmt die mich gesucht haben werde wir ja gut ja gut okay das sind ein bisschen mehr geben als ich dem ich jetzt eben gerechnet habe mal schön mit euch wird und amal will euch ja nichts tun oder wollte nur die söldnerin loswerden gott dann müssen wir einfach mal in die richtung gehen ich habe hier nur kopfgeld Danke, Pferd. Ich hörte mich auch nochmal ganz, ganz kurz mit. Ah, gut. Schlangenbogen. Hi. Guten Tag. Ich fühle mich gerade ein bisschen hier an A11 mit den ganzen Bogenschützen. Da war das nachher auch so. Das war gut gemacht. Das war cool gemacht. Weil wenn du ein bisschen umgebracht hast, haben sie ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Das fand ich immer, das fand ich eine geile Idee. Ah, das Game. Ja, das Game selber war ein bisschen, ich würde nicht sagen, es war, ja doch, es war ein bisschen schwach. Leider. Aber das Spiel an, Alter, die Ideen, die manchmal echt geil gewesen, aber es sind ja eins hat schon geile Ideen auch gehabt. Und man sagt, deswegen ist es auch würdig, das nochmal zum, immer nochmal zu machen. Besonders wenn ich sage, so, hey, ich mache es jetzt ein Screed und ich mache jetzt so viele Folgen von Odyssey, da ergibt es auch ein bisschen Sinn, dass man jetzt sagt, so, hey, man beendet die. Okay, okay, die beiden dann können wir noch machen in der Folge. Man beendet die Reihe oder man macht die komplette Reihe oder sonst ist er durch. Und ich jetzt halt nur, nur die langen, langen Teile mache und dann mal sagst, so, ja, wir kurzen und mach ich alle weg. Naja, auch schade, ich will einfach alle machen. Assassin's Creed ist halt so ein bisschen wie so ein... Wir haben zwei Kids auf wieder, einen Scherz und einen Befehlshaber. Der gerade vorne steht. Gut, ähm, Assassin's Creed ist einfach ein tolles Spiel, aber... Ach, Kumpel, jung. Wie ihr denkt also, dass ihr... Ja, ist auch alles in Ordnung, gar kein Problem. Leute, die Schnauze nicht halten können auch nicht, tatsächlich. So, wenn ich mich jetzt rausbewege, sieht er mich. Das war seltsam. Leben besser jetzt, mein Freund. Geht auch nachgucken. Ah, jetzt hätte ich schwören können, da ist mich gesehen, ne? Und ich hätte schwören können, dann hätte ich es mal öfters in die Fresse halten. Mord. Wieso Mord? Das habe ich schon mal gesehen. Ne. Und wir Zeugen. Überzeugen bringen wir nicht um. Das ist gut. Also, wir würden zwischen Silos, brennen dabei mal ein paar Zivilisten ab, aber dann richtigen Zeugen umbringen. Ah, ne, das sieht, glaube ich, wieder zu gut aus, ne? Ach, damals war auch eine heilige Regel, das ist jetzt ein Squid, wo du wirst keinen Zivilisten kennen. Äh, wenn Zivilisten gekillt, das war eine heilige Regel. Das war, so, weiß ich nicht, als wenn du... Keine Ahnung. Wenn du jetzt irgendwie... Das war halt richtig eine Strafe, so. Oh, oh. Was? Feuer! Ach so, ja, du hast es auf einmal gesehen. Und natürlich, zum Glück, deine Blitzaugen. Unten. Es ist zum Glück. Nein, nein. Okay, weg. Okay, weg. Natürlich. Aber da war... Richtig auch. Ja, ja, ich hab mich gefunden, ja, darum. Teil ist der jetzt nicht wahr, dass da noch mehr sind. Hallöchen. Bringt aber auch nicht um. Ich werde dir noch ein bisschen... Das Problem ist aber, du kannst auch versehen die auch umbringen. Ja. Jetzt nimm mir noch einen Heiltrank, dann freut mich. Was? Ja. Natürlich. Hopps, ein Millimeter zurück. Ich bin doch auch eine Söldnerin, ne? Das sind ja auch Söldner, so, ne? Wieso haben die... Wieso können die hier durch? Ich nicht. Ja, toll. Das ist besser, wenn man den Chat recherchiert. Ja. Ja. Jetzt mal, darf ich den... Direkt da. Hilfe, Hilfe. Das muss ich irgendwo umbringen. Was? Ich fahr doch eben. Ich war... Ich war... Ich wollte eigentlich da... Ich hab doch eben... Ja, ich war doch eben voll. Ja, scheiße. Ah, nee. Oh Gott, scheiße. Na gut, dann mach ich die auch noch fertig, ne? Mein Problem, wenn du nachher schreifst, aber... Ja, dann komm ich rein, ey. Aber auch durch... Auch durch dieses Spiel wie die Surge, man lernt einfach taktischer zu kämpfen. Man lernt... Und warum hab ich jetzt wieder voll? Und warum hab ich jetzt wieder voll? Ich mein, ich hab einen Mord begonnen, aber ein Mord war das doch immer auch nicht voll. Oh, Mann, Schlehrer. Ist auch nicht der... Ey, ernsthaft? Ah, fuck. Das ist natürlich wegen... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ja, natürlich. Woher kommen die denn jetzt? Alter, ob die jetzt auch... Ey, ich wollte doch nur... Alter, der hat mich an dem nicht gesehen. Oh, nein, 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 nein. Nein. Oh, fuck. So eingemacht. Oh, nein. Ja. Ja. Oh, ja. Ist aber auch wie anstrengend. Tschüssi. Scheiße. Ich wollte nur ganz, ganz... Ja, Kopfgeldjäger machen nix, weil... Äh, hallo. Klar, wäre auch ganz gut. Was wird jetzt nicht hier werden, ne? Willst du dich heilen? Du bist nicht geheilt, der wird gestorben. Ach, warum bist du denn hier? Ein guter Weihanspruch, aber warum war denn ein bisschen hier? Ja, verstehe ich nicht. Da willst du dich heilen? Ja. Damit machst du dich nur lächerlich. Ja. Total. Ich konnte krass nicht heilen, ich kann machen. Na, haben sie dir ein Schwert, ja. Weil... Weil... Habe ich schon schon geplündert. Ah, der ist jetzt auch schon tot, okay. Ich spüre jetzt nochmal wieder verpeilt, die Animation einzumachen. Toll, dass ich jetzt wieder auf Kopfgeld bin. Ich hab's eben schon ausgemacht, jetzt bin ich wieder auf Kopfgeld. Ähm, ja geil, cool, finde ich gut. Einmal das Schiff mal da ein bisschen, bisschen upgraden hier. Ich hab das denn, der ist... Also ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erreichen kann. Aber bestimmt irgendwie, aber ob ich so viele Drachen immer noch zusammen bekomme, weiß ich nicht. Ich glaub, davon müsste auch diese Sachen auch erfüllen. Also, ich glaub auch nicht, dass es nötig ist. Also, jetzt kann's, äh, so viel Drachen, man. Nein, müssen das Game jetzt nicht... Also, ich brauch jetzt keine 100%, äh... Keine 100% Truhe, äh... Truhe, genau, 100% Truhe. Truhe, wer kennt sie nicht? Das ist nicht dein Ernst! Das überlebt er! Achso! Ja, sehr gut überlebt. Äh, voll realistisch, ey. Das hat uns immer geklappt. Aber nein. Dann überleben wir das heute mal. Boah, das hat er gebrannt. Also, der hat er gebrannt. Doof, ne? Ja, du willst halt scheiße, ne? Das ist enthaft geheilt. Haltet euch jetzt alle mittlerweile? Oder war er nicht. Oder vielleicht doch. Aber das weiß ich ja. Ja gut, Heilung. Ich weiß nicht, ob ich tränke... Auch... Gegen... Ja. Neun Schlager, das war's. Das war genau richtig. Das war... Ja. Du kennst dein Kollegen, gut. So, ja. Jetzt sieht man, wenn ich anlegen soll. Ich weiß jetzt ja nicht, ob das so intelligent war. So, damit hätten wir die Map auch fertig. Sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön. Sehr schön gemacht, genau. Nichts erst mal selbst loben. Ja, genau. Äh, gut, Leute. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Pirus. Das nächste Mal geht's weiter. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Euer Pirus. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Kommentar, ein Abo hinterlassen, wenn ihr mögt. Bis dann. Haut rein. Tschüssi.